Mit diesem Digitalplan wärmen Sie vieles Altes auf und verkaufen es als etwas Neues. Digitale Kompetenz und digitale Bildung ist ja nicht nur zu lernen, wie ich digital einen Arzttermin ausmache. Fake News, Desinformation, Deepfakes, all diese Dinge schwappen über hier in die sogenannte analoge Welt und sind damit eine Gefahr für die Stabilität unserer Demokratie. Übrigens, Digitalstrategie haben alle Bundesländer außer Bayern bisher eine. Alle, ich sehe eben viele junge Menschen auf der Tribüne, fragen Sie die doch mal, wie die die Zeit unter Corona so wahrgenommen haben und ob die auch der Meinung sind, dass wir beim Thema digitale Bildung kaum Nachholbedarf haben und eigentlich alles ziemlich gut ist und es nur so ein bisschen ein paar Fortbildungskurse und Ähnliches braucht. Das Thema Umbauen des digitalen Bildungssystems, da ist nämlich nicht sehr viel drinnen. Dieses komplette Paket, das Sie da geschürt haben, ist ein Mogelpaket. Das hat mich...